ja Jo Leute, da mich mal auf T-Chat und haltet mir auf meinem Kanal und ja, wir waren bis in der Zeit unter dem Abwärtskanal mit neuen Monstern und so weiter und ja, machen wir weiter und ich mich schon mal anschauen Leute gut, das gehen wir rein ja, wie haben wir aufgehört einfach reinsteigen und ja mal guck mal, was uns hier erwartet oh aha oh, ich hab da ist ne Tür hm okay okay so okay 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 fahrrad ein monster aber ich will mir was geben gut verkaufen 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 also gut, ja 900, toll drauf ja ja ich brauch mal es wird mehr Mutio für diese Waffe Kapazität ist wichtig oh man und wird immer teurer hier 600 600 ja ich brauch das aber nächstes Mal gut muss ich schon wieder da rausgehen scheiße ach so ja muss ja hier raus, dass ich da durchgehen kann ja 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 ich bin schon wieder im Abwasserkanal Was ist das? aber leider keine penner mann der hat mich voll erschrocken der Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. so ein stückende Hillybilly ja ich hätte die Waffe wechseln das kam nicht schon hat mir nicht gereicht oder wie hm da li da liao ah 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 Äh... Nicht weiter zu daraus kommen wird. Au! 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 Ei! 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 Au! Fuck. Hehehe.. Et es halt so gemein jau! Et es halt richtig R 방법! Mama Mia! immer diese stücke die hillybilly Ja, ich nenne sie sowas, die auf dem Aufwatskanal sind. Ja, ich nenne sie sowas, die aufwatskanal sind. 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 Ja, ich nenne sie sowas, die aufwatskanal sind. Ja, immer schön reinspritzen bleiben, halt. Ich nenne sie sowas, die aufwatskanal sind. Ich nenne sie sowas, die aufwatskanal sind. Ich nenne sie sowas, die aufwatskanal sind. Oh, da gibt es auch eine Tür. Ich nenne sie sowas, die aufwatskanal sind. 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 Ich nenne sie sowas. Ich nenne se�sch management. Diese ist sowas, die aufwatskanal sind. Ja, Möi. Kom, Mann. Kom, Sön. Das war's für heute. ein e-kopf jacob pp obwohl die waffen schon da bis hochgerüstet haben kriegt mir nicht viel. Ja, das ist mir irgendwie eigentlich egal, wie aufgesterbt, aber naja, was soll's. Ja, Leute, wir sind halt ein Abschnitt vier hier, ein Habitat, mein ich. Aber ja. 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 Das kann ich, das kann ich wieder gerne selber behalten. Das war's für heute. 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 äh, ich muss jetzt wieder aufladen das darf wohl nicht wahr sein, oder? ich bin da einfach stecken geblieben oh man oh, hab mal hoch meine Zeit ist schon wieder abgelaufen ja, ich warte, ich bin aufladet ich bin aufladet dann machen wir weiter muss man aber auch gleich Päuschen machen, Leute das ist schon bisschen spät bin auch ein bisschen müde ach ja ich bin immer gespannt, wo ich hier rauskomme na, kommt schon nach der Bildschirm äh äh komm, ich hab alles hier, oder? ja jetzt auf einmal geht's auf, oder was? ich bin da guck mal guck mal guck mal Aber mir! Äh! Wieso hab ich nicht springen in den Kult? Ach komm! Ich hab doch wirklich alles, oder? Äh... Okay. Hier ist es. Nummer 6. Ja, ich bin halt... Okay. Ja, ich bin halt... Oh! die hier sind so ein gut schon mal gefolgt also bevor ich da weitermachen bei der kleine spieler leute ja es ist mit dem mit zeit wird besuchen aber ich hoffe ich hatte euch gefallen, gib mir ein like und über jeden netten Kommentar würde mich jetzt noch freuen. Ja, und wir sehen uns gleich wieder, also bis dann, ciao, ciao Leute.